Hallo meine Damen und Herren, willkommen im Radioclub der Kinder-Uni. Grüß Gott meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Wir berichten von der Kinder-Uni. Hier sprechen die Kinder, Reporterinnen und Reporter Miriam, Clara, Pauli, Florian, Lukas, Tobias, Luis, Danila und Hanna. Wir haben in drei Kursen den Wissenstum für Sie interviewt. Wir waren im Kurs, wie man römisches Ketchup macht. Wir haben den Kursleiter und drei Kinder interviewt. Luis und Hanna wollten wissen, wie römisches Ketchup ausschaut. Wir haben sehr viel von der Geschichte von den Gaggis erfahren. Die Gaggis sind sehr streitsüchtig gewesen, aber am Ende ist die Geschichte gut ausgegangen. Dalila, Lukas und Tobias wollten etwas über die Geschichte der Gaggis wissen. Wir verwenden verschiedene Apps. Wir wollten wissen, was man bei diesen Apps beachten muss. Florian, Miriam, Pauli und Clara haben für Sie interviewt. Sie hören nun die Interviews von drei verschiedenen Gruppen. Wir sind beim Wissensturm in der Küche. Wo haben die Römer gegessen? Gegessen haben sie im Tri-Klinium, im Drei-Liegen-Raum. Das war das Wohnzimmer. Und warum liegen? Ganz einfach, weil die Römer im Liegen meistens gegessen haben. Zumindest die Reichen. Und es mussten immer drei liegen sein. Deswegen Tri für Drei, Klinium für die Liegen. Was haben die Römer gegessen? Normalerweise haben die Römer immer das Gleiche gegessen. Puls, das ist ein Getreidebrei. Und nachdem die meisten Römer sich nicht mehr leisten konnten, haben die meisten Römer Getreidebrei gegessen. Nur die Reichen konnten sich exotische Sachen wie Austern oder Fische, Fleisch und sowas leisten. Wann haben die Römer gegessen? Bei den Römern hat es ein Frühstück gegeben. Das war aber meistens nur ein Schluck Wasser und vielleicht ein kleines Stück Brot und viel Zwiebeln und Knoblauch, dass man gut riecht. Zweites Frühstück für die, die hart gearbeitet haben. Mittagessen eigentlich gar nicht. Richtig gegessen haben die Römer erst am Abend bei der Zehner. Und wer es jetzt leisten konnte, da ist es rund gegangen. Und die normalen haben wieder was gegessen? Getreidebrei. Wie haben die Römer die Lebensmittel verarbeitet? Eigentlich genauso wie wir heute. Nur ein großes Problem haben die Römer natürlich gehabt. Keinen Kühlschrank, keine Gefriertruhe. Das heißt, man musste die meisten Sachen dann in Salz, Öl oder so andere Sachen einlegen, damit sie haltbar sind. Erzählt uns bitte, was ihr gerade gemacht habt. Also wir machen jetzt gerade so ein, keine Ahnung, römisches Essen oder sowas in der Art. Wir kochen jetzt römisches Essen. Wir kochen römisches Essen und wenn man will, kann es wahrscheinlich mitnehmen. Wie schaut das römische Ketchup aus? Also es ist braun und es schaut eklig aus. Es sieht nicht sehr appetitlich aus und es riecht auch sehr eklig. Wie meine Kollegen gesagt haben, es besteht aus verrottetem Fisch und irgendeine andere Zutat. Wie kocht man das Essen von den Römern? Also es kommt darauf an, was. Zum Beispiel bei diesem römischen Ketchup muss man eben den Fisch verfaulen lassen und so ja. Der Brei von den Römern wird zwischen Steinen zermahlen und viel Knoblauch und Zwiebel dazugegeben. Das teuerste Essen ist ein Röner. Die kostet ca. 35.000 Euro und weil sie so teuer ist, werden Menschen vielleicht gefüttert ein halbes Jahr. Was habt ihr schon gelernt? Also wir haben gerade gelernt, was man eben in Rom und im Römerreich eben gegessen hat und so. Und es ist meistens ziemlich eklig. Wir haben über die Essensgewohnheiten der Römer gelernt und wo die Römer gelebt haben und zu welcher Zeit. Wir haben auch gelernt, wie Rom entstanden ist. Wir sehen hier viele Nähmaschinen und viele Kinder. Die Kinder sitzen gerade herum und hören auf die Musik. Und alle Kinder sind konzentriert bei der Arbeit. Warum gerade diese Geschichte von den Gaggis? Weil ich finde, dass das eine sehr schöne Geschichte ist, weil es darum geht, dass sie zwei sehr unterschiedliche Gaggikinder miteinander befreunden, weil sie festgestellt haben, dass nur weil sie eine unterschiedliche Farbe haben und in einer unterschiedlichen Umgebung wohnen, sie trotzdem so viele Gemeinsamkeiten haben. Warum baut ihr diese Figuren? Weil wir uns gedacht haben, dass das eine sehr schöne Idee ist, wenn wir zuerst die Geschichte mit den Kindern hören und erzählen und im Anschluss uns die Zeit nehmen, während wir die Musik hören, die Gaggis zu nähen. Und jedes Kind kann sich dann ein Gaggitier mit nach Hause nehmen. Was passiert in der Geschichte von den Gaggis? Der grüne Gaggis, die konnte nicht klettern, nur schwimmen und der orange Gaggis konnte nicht schwimmen und nur klettern. Ja, und das orange Gaggis hat eine Tante und das grüne einen Onkel und die haben immer gesagt, das sind Luchten, Scheißer und so. Die haben sich immer gestritten. Am Anfang der Geschichte wollte das Impfgaggis unbedingt zu einem Baum hinaufklettern, um sich Früchte zu holen. Ein orangeer Gaggis und ein grüner Gaggis stritten sich, weil die Onkels und die Tanten gesagt haben, dass sie so blöd sind, dass sie voll stinken. Und dann haben sie gestritten und sind aber Freunde geworden. Und am Ende der Geschichte haben alle zusammengespielt, ein paar haben geklettert, ein paar geschwommen, alles durcheinander. Warum verlaufen sich die Gaggis? Weil das Felsgecki einen Gang gefunden hat und da will es du. Und weil das Sumpfgecki so neugierig ist. Danke. Jetzt stöpfe ich die Felsgecki und drückst die Felsgecki. Wie funktioniert eine Nähmaschine? Indem man auf den Gaggis steigt. Man muss es halt runterhalten. Man muss es drunter halten, was man gerade näht. Man muss unter die Nähmaschine das einlegen, was man nähen will. Man muss es begrenzen, was man nähen muss. Wie macht ihr diese Figuren? Wir nähen sie und dann stecken wir Stoff rein. Und wir kleben Augen auf. Nein, 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 stoppen wir sie aus. Äh, wir machen noch Frisuren dazu bei den Orangenroten. Und wir schneiden am Anfang den Stoff aus. Das ist ja auch für Kinder. Die sitzen am Computer und machen was. Die Kinder aus dieser Gruppe arbeiten am Computer. In diesem Raum sitzen viele Kinder vor dem Computer. Die Stimmung hier herinnern ist unterschiedlich bei den Kindern. Was muss man beachten, wenn man bei WhatsApp schreibt? Also man muss beachten, dass man nicht irgendwas schreibt, was sehr privat ist und um den Gruppen dann schreibt. Man darf keine Güterverschicken von Personen, ohne dass man es davor gefragt hat. Man sollte schauen, dass man sich an einem öffentlichen Ort trifft, wenn man sich was trifft und nicht wo. Benutzt ihr diese Programme? Also ich benutze WhatsApp und Musical.ly, aber sonst Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter nicht. Ich benutze Instagram, WhatsApp, Snapchat, Musical.ly, YouTube und ein paar andere Spiele dann noch. Ich benutze nur WhatsApp. Was habt ihr heute gelernt? Also wir haben gelernt, dass man keine privaten Fotos in Gruppen schicken soll. Wir haben gelernt, dass man auf Facebook oder so halt mit anderen Leuten, die man nicht kennt und die plötzlich anschreiben, dass man mit denen nicht einfach weiterschreiben soll, sondern einfach ignorieren. Man sollte sich mit Personen nicht treffen, die man nicht kennt. Wenn man sie trifft, dann sollte man vielleicht irgendeine Person, die man kennt, sagen, dass sie sich irgendwo in dem Zeitraum aufhalten sollte. Wenn Leute irgendwas dummes schreiben, die man nicht kennt, dann solltest du es blockieren und deine Eltern sagen. Wozu braucht ihr diese Apps? Also, dass ich mit meinen Freundinnen kommunizieren kann. Und dass man sie halt hauptsächlich unterhalten kann und dass man sie zum Beispiel, auch wenn man im Urlaub ist, dass man dann trotzdem seine Freunde irgendwie weiß, wie es ihnen geht und so. Dass ich mit anderen Leuten kommunizieren kann. Ab wann darf man Instagram benutzen? Ja, derzeit ist es so, dass Instagram eigentlich ab 13 erlaubt ist, genauso wie Facebook, weil Instagram ja auch zur Firma Facebook gehört. Aber es könnte sein, dass bald, weil wir ja neue Datenschutzgesetze haben, dass Instagram auch ab 16 sein könnte. Oder eben nur mit Zustimmung der Eltern. Bei WhatsApp ist es zum Beispiel schon so. Müsste eigentlich 16 sein. Obwohl es viele Jüngere verwenden. Hatten Sie schon einmal Probleme mit einem Programm? Ausständig. Das ist aber ganz normal bei PCs, dass einmal etwas nicht funktioniert. Aber wirkliche Probleme, ich sage immer, man kann diese ganzen Apps benutzen. Man ist halt dann auch in der Öffentlichkeit unterwegs, wenn man im Netzwerk unterwegs ist. Aber da ist halt dann oft das Problem, wenn man nicht weiß, wie man sich verhält, dann bringt man sich vielleicht in Gefahr. Wie wenn man eine Straße überquert, sage ich das immer. Wenn ich nicht weiß, wie ich die Straße überquert, dann würde mich vielleicht einmal ein Auto erwischen. Aber wenn ich Bescheid weiß, wie das geht, dann ist das ganz sicher. Wie sollte man diese Apps nutzen? Ja, also wir schauen uns ja verschiedenste Apps an, wo man in Kontakt tritt mit anderen Personen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass alles, was offline nicht erlaubt ist, ist auch online nicht erlaubt. Zum Beispiel Bilder teilen, die in dem privaten Bereich gehören oder jemanden verletzen könnten, darf man auch in einer WhatsApp-Gruppe nicht teilen. Und natürlich, wie viel Zeit, das man dort verbringt im Internet, das könnte man natürlich auch kontrollieren. Wozu braucht man diese Apps? Also die Apps sind sehr praktisch, um in Kontakt zu treten. Es gibt eigentlich für alles eine App. Instagram kann man Fotos teilen oder was man gerade macht. Im Prinzip sind es Unterhaltungs-Apps. Aber nicht immer. Es gibt auch welche zum Spielen, wo man wieder Online-Spieler macht. Fortnite ist zum Beispiel jetzt der große Renner. Oder Minecraft gehört da auch dazu. Aber es gibt da auch Apps, wo man sich austauscht über Bücher oder selbst Bücher schreiben kann. Wie macht man ein sicheres Passwort? Oh, ein sicheres Passwort braucht sehr viele Zeichen. Sagen wir mal um die zwölf Zeichen fast mittlerweile. Früher hat man gesagt acht Zeichen. Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen. Und es sollte auf keinen Fall irgendwas Persönliches im Passwort vorkommen. Zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Haustier. Diese Sachen kehren eigentlich nicht ins Passwort, weil die hat man sehr schnell geknackt. Warum ist es so wichtig, seine privaten Dinge zu schützen? Weil man nicht will, dass jemand, der es vielleicht nicht so gut meint mit einem, zu seinen privaten Sachen kommt. Weil ich brauche meine Privatsphäre. Es wird immer schwieriger, die Privatsphäre zu schützen. Man geht ja auch nicht in der Straßenbahn hin und zeigt dem Nachbarn die privaten Fotos. Das tut man ja auch nicht. Und natürlich, wenn man an Bankkonten denkt und so weiter. Oder dass, wenn jemand sauer ist auf mich oder er einfach was Böses anstellen möchte und dann zu meinen Daten kommt, das kann natürlich auch schlechte Folgen haben für mich. Wir haben gelernt, wie man interviewt. Wir haben ein paar Fachbegriffe kennengelernt. Die Atmosphäre, die Hintergrundgeräusche. Die Moderation ist das, was wir gerade machen. Interviews ist das, was wir mit den verschiedenen Kursen gemacht haben. Wir haben gelernt, wie eine Nähmaschine funktioniert. Wir haben gelernt, dass manche Apps, so wie Instagram, erst ab 13 Jahren sind. Wahrscheinlich sind sie bald ab 16 Jahren. Im Kurs WhatsApp, Snapchat und Instagram hat es mir besonders Spaß gemacht, weil ich viel über WhatsApp, Snapchat und Instagram erfahren habe. Mir hat das mit den Gaggis sehr gefallen. Weil es so lustige Tiere sind. Mir gefällt die Geschichte von den Gaggis sehr, weil sie sehr freundlich ist. Mir hat es besonders gefallen, weil ich viel über die Zeit vor dem Mittelalter gelernt habe. Mir hat es besonders gefallen, dass ich alle alten Lebensmittel von den Römern gesehen habe und ich jetzt weiß, was sie hauptsächlich gegessen haben. Mich hat es gewundert, dass das teuerste Essen in Rom viele tausend Euro gekostet hat. Mich hat es sehr gewundert, dass das römische Ketchup aussieht wie Gatsch und es nicht so gut riecht. Mir hat ganz gut gefallen, das ist gut gefallen mit den Gaggis. Es war interessant zu hören, dass in den Ketchup von den Römern verfolgete Fischreste drin waren. Mir hat es besonders gut am Radio Workshop gefallen, dass wir unser Interview jetzt im Radiostudio aufnehmen. Mir hat das Interview uns sehr gefallen. Uns hat es auch sehr gut gefallen. Mir hat es gefallen, dass wir alle Schritt für Schritt angegangen sind. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dass wir am Anfang alles besprochen haben, was wir die Interviewpartner fragen. Und das Radiostudio ist sehr cool. Mir hat das Radiostudio auch sehr gefallen. Ich fand das Radiostudio ziemlich super. Es war sehr schön. Es war sehr nett in unserer Gruppe. Der ganze Tag war sehr schön. Es war sehr schön, dass Sie uns zugehört haben. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Und noch viel Spaß beim Radiohören. Das war der Report von der Kinderuni. Das war die Kinderuni 2018. Ich will nächstes Jahr wiederkommen und die Gruppen interviewen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Adios. Ciao. Tschüss. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. War schön mit euch. Noch viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.